Es war ein Wahnsinnsspiel gegen den SSV Ulm, Göttrik Lauble, ein Tor geschossen, ein Tor rausgeholt. War ein geiles Spiel, Flutelspiele liegen uns, wir haben von Anfang an alles reingehauen, wir sind übers Limit hinaus. Die Zuschauer haben uns gut unterstützt, es war heute volle Hütte und es hat uns nochmal die letzten Prozente gegeben und nur so konnten wir dann gegen Ulm gewinnen. Überragend. Ob die Mann jetzt eigentlich gar nicht laufen können, eure Taktik ging voll aus in der ersten Halbzeit, oder? Ja, natürlich, wir haben versucht früh zu attackieren, im Mittelfeld kompakt zu stehen und die Defensive hat es wieder überragend gemacht, allen voran auch die Juli Hauser, der unhaltbare Dinge auch rausgeholt hat heute. Also wir waren stark, alle im Kollektiv und der Siegel ist still lohn. Und jetzt noch nach den 90 Minuten, die Beine sind aber jetzt extrem schwer, ihr seid unglaublich viel gelaufen. Ja, also ich freue mich jetzt, wenn wir jetzt noch was essen und dann geht es aber auch ins Bett. Erstmal einfach regenerieren und dann am Montag wieder arbeiten für offenen. Noch eine Frage, wie sicher warst du dir, dass Stefan Vogler mit den Elfmeter reinmacht? 100 Prozent. Ja, Matthias Schmitz, in der zweiten Halbzeit eine Abwehrschlacht, aber insgesamt durchaus ein verdienter Sieg. Ja, ich denke, dass wir von Anfang an Gas gegeben haben, auch von Anfang an die besseren Torchancen hatten. Wir können 2-0 in Führung gehen, haben mit meiner Chance in der zweiten Minute eine kleine Dicke. Und ja, dann macht die gut rein und dann hat man noch meine. Aber mit 1-0 in Pause, dann sind wir, ja, war es nicht so gut, wie wir rausgekommen sind. Und dann haben wir auch gut gedrückt, aber dann sind wir wieder ins Spiel gekommen, haben wir unsere Abwehrschlacht wieder voll Gas gegeben. Und ja, dann ist der Elfmeter klar. Und dann gab es die Elfmeter-Szene, ja. Wie sicher warst du denn, dass der Stefan Vogler den reinmacht? Ja, erst war ich mir gar nicht sicher, wer ein Schieße soll. Wenn der Dani Seemann ist raus, dann war er gar nicht im Training gemacht. Und Flummi war sowieso nicht da. Und ja, dann war es eigentlich nur überraschend, dass der Stefan geschossen hat und ist souverän verwandelt.